hallo meine lieben freunde willkommen zu einem land zu read ja die acht bänder sind endlich vorbei und wir können mit einem neuen buch anfangen was ich hoffentlich endlich mal wieder verstehen werde ist das schön ja ich freue mich wirklich ich bin so froh dass das achtteilige ding da jetzt um ist und wir kommen zu das lösegeld für zarek ah ja klingt wahrscheinlich wie so ein typ der im knast sitzt und er kennt man kennt zarek zu löse geld uralte sagen der dreamer band 1 von maro bar suel was ist das für ein erster buchstabe ist das ein s ich bin überfordert was ist das ein buchstabe ist das ein j ist das ich nehme jetzt mal ein s ja also salemir salemir stellte im garten ihres anwesens und las den brief den ihr der diener gebracht hatte das rosenbuket fiel ihr aus der hand und landete auf dem boden ein moment lang war es als hätte die als hätten die vögel zu singen aufgehört und als hätte eine dunkle wolke den himmel verdeckt ihre sorgsam kultivierten und geordnete oase schien von dunkelheit überflutet zu werden wir haben euren sohn stand in der nachricht wir werden in kürze wegen des lösegeld kontakt mit euch aufnehmen zarek war also doch nicht bis ak kun gekommen eine gruppe von banditen vermutlich orks oder verfluchte dunma mussten die gut ausgestattete kutsche gesehen und ihren sohn gefangen genommen haben ach jord doch ein jord verdammte scheiße jallemir klammerte sich an einem pfosten und fragte sich ob ihr junge wohl verletzt sei er war doch nur ein student und niemand der sich gegen gut ausgerüsteten männer zu wehr setzen könnte ob sie ihn geschlagen hatten die vorstellung war mehr als das herz einer mutter tragen konnte sagen wir jetzt nicht dass sie ihr lösegeldforderung so schnell geschickt haben rief eine bekannte stimme und das dazugehörige bekannte gesicht blickte durch die hecke es war zarek jallemir beeilte sich den jungen zu umarmen tränen liefen mir übers gesicht was ist geschehen schrie sie ich dachte man hätte dich entführt das stimmt auch sagte zarek drei große nordgriffe uns mit einem wagen auf den fremden fremden pass an brüder so erfuhr ich später namens matthais ulin und korg du hättest die männer sehen sollen mutter jeder von ihnen würde nur mit mühe durch die vordertür passen was ist geschehen wiederholte sich jam ja jallemil hat man nicht gerettet ich spielte mir den gedanken darauf zu warten aber ich wusste dass sie eine lösegeldforderung schicken würden und dachte mir dass sich dies schrecklich in sorge versetzen würde also dachte ich daran was mein mentor in akku und mir gelehrt hatte ruhig bleiben die umgebung beobachten und nach einer schwäche des gegners ausschau halten sagte zarek rinsen es dauerte eine weile denn diese burschen waren wahre monster und dann als ich sie voreinander prallen hörte wurde mir plötzlich klar dass die eitelkeit ihre schwäche war was hast du getan sie hatten mich in ihrem lager in den wäldern unweit von kael angekettet auf einer anhöhe von der man einen fluss sehen konnte ich hörte wie einer von ihnen korg den anderen erzählte dass es wohl knapp eine stunde dauern werde den fluss zu beschwimmen die anderen nicht in anerkannt als ich das wort ergriff ich könnte den fluss in 30 minuten überqueren hin und zurück sagte ich unmöglich erwähnte korg ich kann schneller schwimmen als du kleiner als du kleines weltlein also einigen wir uns darauf von der klippe zu springen zur insel in der mitte des flusses und dann wieder zurück zu schwimmen als wir uns auf den felsen stellten begann korg mir die finessen des schwimmens beizubringen das wichtigste seien gleich mal gleichmäßige bewegungen der arme und beine nur so könne man die höchsten geschwindigkeiten erreichen wichtig sei außerdem dass man erst nach jedem dritten oder vierten zug luft hole um nicht unnötig langsam zu werden man solle aber selbstverständlich auch nicht weniger atmen damit einem nicht die puste ausgingen ich nickte und stimmte ihm in allen punkten zu dann sprangen wir von der klippe ich hoffte es zu der insel und wieder zurück in knapp einer stunde aber korg kehrte nie zurück er hatte sich an den felsen vor der klippe den schädel zerschmettert wir waren die verräterischen wellenformen die auf den felsen im wasser hinwiesen sofort aufgefallen aber anscheinend hatte er sie nicht bemerkt und dann bist du zu den anderen zurückgekehrt folgte jamelil verblüfft war das denn nicht der zeitpunkt an dem du geflohen bist das schien mir zu riskant erwiderte zarek sie hätten mich leicht wieder einfangen können und ich war nicht versessen darauf die schuld für korgs verschwinden in die schuhe geschoben zu bekommen ich sagte ich wüsste nicht was mit ihm passiert sei nach einer suche waren beide dann der meinung dass er das wettschwimmen vermutlich vergessen habe und wohl ans ufer geschwommen sei um zu jagen sie konnten sich nicht vorstellen dass ich etwas mit seinem verschwinden zu tun haben könnte da ich während der ganze zeit über sichtbar gewesen war die beiden brüder begann damit ein lager an den felsen klippen zu errichten um mir eine flucht unmöglich zu machen einer der brüder mathais begann über die art des bodens und die steigung in der bucht unter uns zu sinnieren er meinte der ort eignete sich ideal für ein wettrennen ich gab völlige unwissheit über diesen sport und er begann mir enthusiastisch die richtige technik für ein rennen beizubringen er zug lächerliche grimassen als er mir zeigte wie man durch die nase wie man durch die nase ein und durch den mund ausatmen würde er zeigte mir außerdem wie man die knie beim aufwärts laufen im richtigen winkel anzuziehen habe und betonte wie wichtig die richtige fußstellung sei am wichtigsten meinte er sei dass der läufer einen aggressiven aber nicht zu anstrengenden laufstil wähle nur so könne er das rennen gewinnen entspräche nichts dagegen während des rennens zweiter zu sein solange man seine kraftreserven für den schlussspurt aufspare aufspare ich war ein gelehriger schüler und matthais meinte dass mir dass wir vor dem einbruch der nacht ein kleines wettrennen am rande der bucht machen sollten ulin beauftragte uns auf unserem rückweg feuerholz mitzubringen wir starteten auf dem weg der die klippe säumte ich folgte matthais rat in den in sachen atem laufstil und fußstellung aber ich rannte von anfang an mit voller kraft trotz seiner längeren beine lag ich ein paar schritte vor ihm als wir um die erste ecke bogten da seine augen auf meinen rücken gerichtet waren konnte matthais nicht die ranke im felsen sehen über die ich sprang er stürzte und fiel über die klippe noch bevor er schreien konnte ich wartete einige minuten um wieder zu atmen zu kommen und kehrte dann zu ulin ins lager zurück und dann hast du aufgefangen dann hast du angefangen aufzuschneiden sagt jale jale mit einem stirnrunzeln das wäre doch die beste möglichkeit so das wäre doch die beste möglichkeit zur flucht gewesen ich weiß nicht wer was spricht hier tut mir leid das mag vielleicht so aussehen sagte zarek zustimmt aber du hättest die gegend sehen sollen einige große bäume und dann nichts als büsche und den hätte meine flucht bemerkt und mich schnell wieder eingefangen und ich hätte den schwierigkeiten gehabt ihm die abwesenheit von matthais zu erklären eine schnelle erkundung des gebietes und der augen anblick einiger bäume in der nähe brachten mich dann auf die idee für meinen letzten plan als ich mit ein paar zweigen zu ulin zurückkehrte erzählte ich dass matthais der einen langen abgestorbenen baum hinter sich her schleife etwas länger brauchen würde ulin spottete über die stärke seines bruders und sagte dass er selbst einen lebenden baum samt wurzeln in kurzer zeit aus dem boden reißen und in das feuer werfen könne ich äußerte begründete zweifel ich werde es dir zeigen sagt er und ist einen acht meter großes exemplar mühelos aus dem boden aber das ist doch gerade mal ein pflänzchen meinte ich abwertend ich dachte du könntest einen baum ausreißen sein blick folgte dem meinen zu einem besonderen schwer anmutenden exemplar am rande der lichtung ulin griff den baum und begann mit unvorstellbarer kraft und wucht daran zu wackeln um die wurzeln aus dem boden zu lösen dadurch löste er ein wespen nest aus den oberen ästen das auf seinen kopf fiel und in genau diesem moment bin ich geflohen sagte zarek nicht ohne stolz als nämlich matthais und koak am boden der klippe lagen und ulin von einem schwaben wespen umringt um sich schlug jallemin nahm ihren sohn ein weiteres mal in die arme anmerkung des herausgebers ich habe zunächst gezögert die werke von marubazul zu veröffentlichen aber als der verlag der universität von gewillim mich sparte diese ausgabe zu verlegen beschloss ich diese gelegenheit zu nutzen um die dinge einen für allemal richtig zu stellen die gelehrten sind uneinig über exakte entstehungsdaten von marubzuls werken aber es entspricht der allgemeinen auffassung dass sie von dem dramatiker goa felin verfasst wurden der in der zeit zwischen dem fall des ersten syrodillischen reiches und dem aufstieg tiva sub teams für seine beliebten komödien und romanzen bekannt war die gegenwärtige theorie geht davon aus dass felin einige authentische erzählungen der tweemer hörte und sie für die bühne adaptierte um geld zu verdienen zusammen mit umgeschriebenen versionen seiner eigenen stücke goa felin erschuf die gestalt des marubazul eines übersetzers der tweemerischen sprache um seine arbeiten überzeugender und für das leichtgläubige publikum noch wertvoller zu machen nimmt zur kenntnis dass es obwohl der marubazul zum gegenstand hitziger kontroversen wurde keine verlässliche aufzeichnung darüber gibt dass jemals jemand diesen mann wirklich getroffen hätte außerdem hat weder die magier gilde noch die schule von julianos noch irgendeine andere intellektuelle institution jemals jemand mit diesem namens beschäftigt wie dem auch sei die tweemer in die meisten von marubazuls erzählungen haben nur wenig mit der furchterregenden unergründlichen rasse gemein dass ich selbst die tun war nord und rot war dun vor furcht unterwarfen und deren ruinen noch heute rätsel aufgeben ich fand die geschichte schon ein bisschen geil also ich weiß nicht es ist irgendwie irgendwie so die story ich habe die so über und so überlistet das kennt man ja irgendwie schon aus anderen filmen oder sonst irgendwas aber ich es war mal wieder ein buch was ich verstanden habe und es war ein gutes buch also mir hat das auf jeden Fall sehr viel spaß gemacht gefallen und ja ich hoffe euch auch und ich denke mal wir sehen uns morgen wieder wird sich zeigen ich habe momentan nicht wenig Zeit tut mir leid ihr merkt was wahrscheinlich ich kann momentan jeden Tag was hochladen weil ich echt wenig Zeit habe und so aber ihr wisst schon und ich hoffe wir sehen uns dann morgen wieder hoffentlich je nachdem wie es wird und ich sage uns dahin tschüss